Meinungsfreiheit. Dieses Grundrecht wird gerne mal ins Feld geführt, wenn es darum geht, die eigene Meinung gegen Widerspruch zu verteidigen. Getreu dem Motto, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Ob es bei Meinungsfreiheit wirklich darum geht, dem gehen wir heute mal auf den Grund. Das Recht auf Meinungsfreiheit findet sich im Artikel 5 des Grundgesetzes und der liest sich wie folgt. Jener hat das Recht, seine Meinung in Wortschrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet, eine Zensur findet nicht statt. Der entscheidende Satz ist hier aber, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wortschrift und Bild frei zu äußern. Die Frage ist hier, was bedeutet dieses frei genau? Zunächst einmal ist die Meinungsfreiheit ein Schutzrecht gegenüber dem Staat. Es gewährt jedem Bürger seine Meinung ohne Angst vor staatlicher Verfolgung frei zu äußern. Frei kann dabei aber natürlich nicht heißen in jeder Hinsicht frei. Es gibt zum einen inhaltliche Einschränkungen dieser Freiheit, das heißt Einschränkungen dessen, was man sagen darf, auf die gehen wir gleich ein und es kann natürlich nicht heißen, dass man zu jeder Zeit und an jedem Ort die Möglichkeit haben muss, seine Meinung zu äußern. Andernfalls wäre es ja zum Beispiel eine Einschränkung meiner Meinungsfreiheit, wenn ich sie nicht nachts um vier in eurem Schlafzimmer kundtun könnte. Und selbst wenn ihr dieses Video jetzt gerade nachts um vier in eurem Schlafzimmer guckt, ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Was im privaten Bereich des Schlafzimmers ziemlich eindeutig ist, ist bei halb privaten, halb öffentlichen Bereichen wie den Kommentarspalten von Onlinepublikationen oder denen hier auf YouTube gar nicht mal so eindeutig. So kann man zwar sagen, dass jeder das Recht hat, seine Meinung frei zu äußern, das kann Dritte aber nicht dazu zwingen, diese auch zu publizieren oder ihr eine Plattform zu bieten. Die inhaltliche Hoheit einer Publikation liegt ja immer noch bei ihrer Redaktion. Die Frage ist, gehören die Kommentarspalten zum Inhalt oder finden sie in einer Art öffentlichen Raum statt. Für ersteres spricht, dass Seitenbetreiber für die Kommentare, die auf ihren Seiten hinterlassen werden, haftbar gemacht werden können. Für letzteres, dass die Kommentarspalten jedem zugänglich sind. In Bezug auf YouTube kann man es ja durchaus so sehen, dass es jedem frei steht, in eigenen Videos seine Meinung kundzutun. Ob andere ihm ihre Reichweite und Aufmerksamkeit zur Verfügung stellen müssen, indem sie ihn unter ihren Videos kommentieren lassen, das kann man durchaus in Frage stellen. Klar ist, dass bestimmte Kommentare gelöscht werden dürfen, möglicherweise sogar gelöscht werden müssen, denn es sind lange nicht alle Aussagen durch die Meinungsfreiheit geschützt, manche sind sogar verboten. Die Meinungsfreiheit hat also ihre Grenzen darin, wie und wo sie ausgeübt werden darf. Sie hat aber auch inhaltliche Grenzen, also darin, was gesagt werden darf. So besagt Absatz 2 von Artikel 5, diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. Die Meinungsfreiheit kann also im Fall jugendgefährdender Schriften und Aussagen eingeschränkt werden und sie gibt dem Einzelnen nicht das Recht, die Ehre des Anderen zu beleidigen. Ein Punkt, der im Internet ja ganz gerne mal übersehen wird. Die Meinungsfreiheit findet ihre Grenzen aber auch da, wo sie durch die allgemeinen Gesetze eingeschränkt ist. Man darf zum Beispiel niemanden zu einer Straftat aufrufen und außerdem ist die sogenannte Volksverheizung verboten, die durch § 130 des Strafgesetzbuchs geregelt wird. Darunter fällt in erster Linie die Diskriminierung aufgrund von Gruppenzugehörigkeiten, das heißt gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit oder Rassismus im weitesten Sinne. Hier ist eine bestimmte Art der Meinungsäußerung verboten, nämlich solche, die als Hetze gegen eine Gruppe wirkt. Der Volksverheizungsparagraf verbietet aber auch die öffentliche Äußerung einer ganz bestimmten inhaltlichen Meinung. Er verbietet die Verbrechen der Nazis öffentlich zu billigen, zu leugnen oder zu verharmlosen. Das ist nicht ganz unumstritten, weil hier eine Meinung gesetzlich vorgeschrieben bzw. verboten wird. So richtig verwunderlich ist es aber auch nicht, denn das Grundgesetz wurde ja explizit als Gegenentwurf zum Nazi-Terror geschrieben. Unsere Folge über Staatsterror, die findet ihr in der Infokarte. Was denkt ihr? Ist es gerechtfertigt, dass das öffentliche Relativieren der Nazi-Verbrechen verboten ist und was haltet ihr vom Löschen bzw. moderieren von Kommentaren? Haltet ihr das für eine Einschränkung der Meinungsfreiheit? Diskutiert in den Comments, aber passt auf was ihr schreibt. Ich bin der Ben, das war so und so gesehen.